Belarus, nämlich in Weißrussland, oder wie es ja auch mal Weißrussland genannt wird, jetzt ja eher Belarus, dort wurde heute nämlich eine Oppositionelle verurteilt. Maria Kolesnikova nämlich, sie ist vor fast einem Jahr nämlich im Zuge der Proteste gegen Machthaber und ja, dem letzten Diktator Europas, wie er gerne genannt wird, Alexander Lukaschenko nämlich, verhaftet worden. Nun kam es ja im August nun endgültig zum Prozess und heute wurde das Urteil verkündet und das Urteil lautet schuldig. Elf Jahre Haft gibt es für sie nämlich und zwar wegen, und das kommt jetzt natürlich ein bisschen komisch für die, die das wahrscheinlich schon mitverfolgt haben und zwar nämlich wegen versuchter illegaler Machtergreifung. Ja, der Prozess ist ja international kritisiert worden gegen die 39-Jährige, denn neben ihr wurde auch der Anwalt Maxim Snack verurteilt. Er bekam nicht elf, sondern zehn Jahre Haft, wie das heute die Staatsmedien in Belarus bekannt gegeben haben. Kolesnikova hatte sich ja im vergangenen Jahr im Wahlkampf gegen Lukaschenko engagiert, als Manager für den auch ebenfalls inhaftierten ehemaligen Bankier Viktor Barbarico, der nämlich ja auch letztes Jahr bei den umstrittenen Präsidentschaftswahlen, wo ja Lukaschenko angeblich gewonnen hat, aber es natürlich wirklich zu Betrug nämlich kam und dann dementsprechend, ja, die Proteste natürlich auch losgingen und dort dann unter anderem dann auch die Verhaftungen, die Folter und die Prügel. Kolesnikova hatte sich ja natürlich mit Snack und anderen Gegnern Lukaschenkos, vor allem auch die, die es hinbekommen haben, ins Exil auszuwandern, nämlich den Koordinierungsrat für eine friedliche Machtübergabe in Belarus gegründet. Das Gericht sah es eher als was anderes aus, vor allem nämlich auch eher nicht die Gerichte, sondern die Behörden, die sagen nämlich, dass das Ganze nämlich eine Verschwörung ist mit dem Ziel einer illegalen Machtergreifung und sowie der Gründung und der Führung einer extremistischen Vereinigung. Das wird denen nämlich auch unter anderem vorgeworden, wie es so schön heißt. Ja, die Oppositionelle hat auch ein Interview geführt, ein schriftliches Interview eher, nicht eins mit Kamera und so, sondern eher ein schriftliches Interview mit dem oppositionellen russischen Sender oder unabhängigen russischen Sender Bosch nämlich. Sie sprach dort nämlich von einer absurden Anschuldigung und dass es ein weiteres Beispiel dafür sei, dass es eine Gesetzlosigkeit des Polizeistaates dort in Belarus gäbe. Sie formte mit ihren Händen ja auch in Handschellen ein Herz. Das ist ja immer wieder dieses Herz, ist ja immer eines ihrer Markenzeichen natürlich gewesen, auch letztes Jahr, als ja die Protestbewegungen gegen Lukaschenko ja ebenfalls begonnen haben. Und vor dem Berichtsgebäude haben sich unter anderem auch sehr viele Menschenmassen gebildet oder Menschen schlangen nämlich und haben natürlich gegen dieses Urteil natürlich auch protestiert. Ja, wegen dieses Vorgehens auch gegen Andersdenkende in Belarus hat ja die EU, auch die USA selbstverständlich und andere Länder im Westen ja Sanktionen gegen Belarus natürlich erlassen. Der Machtapparat in Minsk zeigte sich davon bisher, sagen wir mal so, nach dem Motto, brauchen wir nicht, warum, wir brauchen euren Scheiß nicht, so nach dem Motto. Natürlich klar, denn man braucht den Scheiß, wie man es so schön sagt, nicht, denn man wird ja unter anderem nämlich von einem anderen Mann unterstützt, nämlich wenn wir etwas weiter in den Osten gucken, nämlich in Russland, von Wladimir Putin, dem russischen Staatspräsidenten nämlich. Und zum Prozessauftakt selbst hatten ja auch die beiden, also Maria Kelesnikova und der Anwalt Maxim Snack nämlich in einem vergitterten Glaskasten in einem Gericht in der Hauptstadt Minsk gesessen. Also alles schön für die, sagen wir mal, lukaschenkische Propaganda hingestellt zu den Verhandlungen. Aber ja, die fanden eher hinter verschlossenen Türen nämlich statt und waren nur für die Staatsmedien zugelassen, also für das alles, wo man natürlich alles so schneiden konnte, um zu sagen, sieht her, das sind Verräter unseres Landes, die wollen das Land in den Abgrund führen und unseren Präsidenten Lukaschenko stürzen und so weiter, was kompletter Mumpitz ja eher von Seiten der Opposition, aber auch von Seiten des Westens ja auch eher ist. Ja, die Urteilsverkündung hingegen heute war öffentlich, was auch ziemlich natürlich zeigt, dass das alles auch für viele einfach nur stumpf inszeniert ist. Auch die Bundesregierung hat sich ja darum bemüht, dass ja sie freigelassen wird, weil sie war ja früher unter anderem Kulturmanagerin in Stuttgart nämlich. Jetzt ist sie aber, ja, eine, ja, leider, man muss es so sagen, bestrafte Oppositionspolitikerin. Anfang letzten Jahres wurde ja die Politikerin vom Geheimdienst KGB in Minsk entführt. Als sie in die Ukraine abgeschoben werden sollte, zerricht sie kurz vor dem Grenzübergang ihren Pass und vereignete dann auch so die Pläne, sie aus dem Land zu vertreiben. Sie hatte ja auch immer wieder deutlich gemacht, den Kampf gegen Lukaschenko im Land zu führen, im Gegensatz natürlich zu anderen Politikerinnen und Politikern, die natürlich oder generell auch Oppositionellen, die ja dann eher ins Ausland geflüchtet sind. Wir wissen ja, wir können uns ja noch daran erinnern, was ja Lukaschenko ja auch noch gebracht hat, vor allem nämlich auch ein Flugzeug, einfach mal von Ryanair, was ja über den belarussischen Luftraum fliegt, einfach mal nach Minsks Steuern und dort einen Oppositionellen, der ja in Polen lebt, mal einfach mal zu verhaften. Dazu ist ja Lukaschenko leider fähig. Der Vater von Kolesnikova, der sagte in der ARD, ich erwarte keine Überraschungen und natürlich kein gerechtes Urteil und dass seine Tochter natürlich inhaftiert ist, sei ihre eigene Entscheidung gewesen. Ja, das ist eine mutige Tat. Ja, das ist auch eine Heldentat und ein Vorbild für viele. Wie das natürlich dann im Knast aussehen wird für sie, elf Jahre wird das natürlich sein. Also wir wissen ja selbst nicht, wie das jetzt auch mit anderen Oppositionellen dort auch weitergehen wird. Vor allem, weil es ja auch immer wieder Berichte darüber gibt, dass ja mit vielen Oppositionspolitikern in Belarus ja auch eher schlimmere Sachen passiert sind, vor allem auch für die, die im Ausland unter anderem gestorben sind.